Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von QSO4U Tech. Heute schauen wir uns den Januar Build von Windows 10 an. Microsoft hat ja wie wir es bereits in der Pressekonferenz gezeigt haben einige neue Neuerungen vorgestellt. Wir wollen jetzt noch mal in einem ganz kurzen knackigen Video darauf eingehen was ist jetzt genau neu mit dieser Januar Version und wir fangen einmal an mit den Icons. Die Icons sind zumindest im Explorer und ich werde dann auch noch zeigen in welchen anderen Bereichen sich die geändert haben aber hauptsächlich natürlich im Explorer haben die sich ganz schön geändert. Die sind jetzt minimalistischer erstellt. So ein bisschen könnte es vielleicht an 16-Bit-Icons erinnern und ja das ist natürlich Geschmackssache aber alles in allem sieht es trotzdem rechtwertig aus obwohl es halt sehr minimalistisch ist. Dann ein weiteres interessantes Feature ist die Suchleiste unten in der Taskleiste und keine Angst die kann man nämlich auch ausblenden über Suche also Rechtsklick unten auf die Taskleiste Suche und dann kann man sagen deaktivieren. Dann wird diese Leiste auch nur angezeigt wenn das Startmenü geöffnet ist. Das ist natürlich auch nicht schlecht wir lassen jetzt mal aktiviert und wenn man jetzt hier zum Beispiel mal nach Windows sucht dann wird einem gleich auffallen dass hier in mehreren Kategorien gearbeitet wird. Einmal natürlich die bestehenden Apps die werden angezeigt man könnte sich auch vorstellen dass hier Mails gesucht werden Einstellungen aber es wird natürlich auch im Web gesucht über Bing über die Suchmaschine von Microsoft. Da könnte man natürlich wieder sagen okay das ist Datenschutz und so weiter kann man bestimmt irgendwann auch mal deaktivieren könnte ich mir vorstellen. Ich habe es jetzt auf die Schnelle hier nicht gefunden und ja aber es wird wahrscheinlich so sein dass man das dann auch denke ich mal zumindest über die Registry deaktivieren kann diese Websuche. Was auch noch ganz gut ist sag ich mal ist das neue Startmenü. Das Startmenü war ja in den letzten Versionen sag ich mal von der Breite her variabel. Jetzt hat es eine feste Breite bekommen und man kann diese Kachelansicht hier nicht mehr komplett rauskürzen. Das geht nicht mehr. Also die Kacheln sind mittlerweile fester Bestandteil vom Startmenü. Also die kriegt man da auch nicht mehr raus. Man kann aber ja man kann aber natürlich hergehen und kann diese weiterhin sortieren. Hier sieht man zum Beispiel jetzt mal den neuen App Store den können wir mal öffnen und wenn er diesmal nicht abstürzt dann werden wir jetzt auch sehen dass dort bereits einige bekannte Apps zu sehen sind die man dann natürlich auch im Fenster ausführen kann. Was natürlich auch den Komfort sag ich mal erhöht und manche Apps wird man wahrscheinlich dann auf dem PC auch einsetzen die man zum Beispiel von Android kennt. Also ich könnte mir zum Beispiel durchaus vorstellen eine Twitter App zu nutzen und dafür keine normale Twitter Seite mehr zu benutzen. Also kein Twitter im Browser mehr zum Beispiel oder diese Sparkassen App. Also man ist dann denke ich mal komfortabler unterwegs dadurch dass man halt solche App Geschichten solche kleinen Tools die es halt für das Smartphone gibt dass man die eben auch auf dem PC portiert bekommt und das ist eine ganz schicke Sache. Wirklich neu ist der App Store jetzt nicht. Also es gibt zwar ein paar Sachen die sind neu und die begeistern auch aber der Burner ist es bisher nicht. Also ich sag mal so der hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ist aber trotzdem eine ganz schicke Geschichte. Ja nochmal zurück zu unserem Startmenü. Wir haben ja auch die Möglichkeit weiterhin natürlich zu suchen. Ganz klar. Wir können aber auch uns das Ganze wieder in der klassischen Ansicht herholen. Das heißt man hat dann eine Ansicht die man von Windows 8.1 zum Beispiel kennt und kann sich hier dann durch die alle Apps klicken zum Beispiel und hat hier dann aber weiterhin seine Kacheln. Also in so eine Art Tabelle. Und das ist natürlich viel angenehmer zu bedienen als die ganze Geschichte unter Windows 8.1 war. Ist zumindest meine Erfahrung die ich bisher gemacht habe. Bei Windows 8.1 war das dann irgendwann ziemlich unübersichtlich und es hat nicht so viel Spaß gemacht. Das sieht dann doch aufgeräumter und ordentlicher aus. Also da haben sie sich echt was dabei gedacht. Ja dann gehen wir mal wieder aus diesem Menü raus. Das kann man jederzeit wieder umschalten. Wie man das eben braucht und möchte. Jetzt gehen wir mal darauf ein auf dieses Benachrichtigungscenter. Das ist ja bereits vorgestellt worden. Und da finde ich nach wie vor jetzt alle Features, die man auch von einem Windows Phone oder von Android zum Beispiel kennt. Also ich hätte hier irgendwelche Benachrichtigungen, neue E-Mails, einen Chatverlauf über Facebook oder halt dann auch die Möglichkeit, sag ich mal, dass sich da Programme dann melden. Zum Beispiel der Virenschutz, der sagt, update mich mal oder mit mir stimmt irgendwas nicht. Also das ist alles darüber möglich. Hier sehen wir zum Beispiel G-Data hat bereits schon sich gemeldet. Also ich habe hier mal die Beta installiert von der neuen Total Protection. Da werde ich auch nochmal ein Video darüber machen. Und hier unten, wenn man hier auf Expand geht, dann hat man alle möglichen Sachen, die man halt auch von einem Smartphone her kennt. Man kann zum Beispiel die Positionsbestimmung deaktivieren oder man könnte ein VPN einrichten, man könnte am Display einiges einstellen, WiFi ein- und ausschalten. Also das ist alles in allem doch sehr gelungen. Und wenn man jetzt hier auf dieses Zahnrädchen klickt, dann kommt man in die neue Systemsteuerung, die alles in allem sehr aufgeräumt ist. Die wird aber weiterhin parallel betrieben mit der klassischen Systemsteuerung. Zumindest hier in diesem Bild. Wie es natürlich dann später aussieht, kann ich derzeit noch nicht sagen, aber es gibt beide nach wie vor. Wobei die natürlich für das Tablet wesentlich besser ist, die neue und für Touch. Und die alte war dann doch ziemlich fummelig. Die kann man natürlich am normalen PC weiterhin benutzen. Und vielleicht auch, wenn man größere Einstellungen vorhat, dann wird man wahrscheinlich nach wie vor zur klassischen Systemsteuerung zurückgreifen. Aber alles in allem macht es dann doch durchaus Sinn, was Microsoft da zusammengebaut hat. Und ja, in dem jetzigen Bild befindet sich auch bereits eine Version von DirectX 12. Wenn man zum Beispiel mal DXDiag eingibt, dann wird man gleich sehen, wenn es funktioniert. Genau. Dann wird man jetzt sehen, dass DirectX 12 installiert ist. Und das ist natürlich auch eine schicke Geschichte. Bereits die ersten Benchmarks, die laufen natürlich schon. Auch bei Leuten, die das auf einem richtigen PC installiert haben. Ich habe das natürlich virtualisiert. Aber das ist natürlich eine ganz interessante Geschichte. Und das wird wahrscheinlich auch richtig performance-mäßig was bringen, die ganze Geschichte. Aber im Moment brauchen wir uns darüber noch nicht zu unterhalten. Aber ihr wisst zumindest, DirectX 12 ist schon mit drin integriert. Und das ist natürlich eine ganz interessante Geschichte. Ja, im Prinzip war es das eigentlich im Großen und Ganzen. Man sieht hier unten die Icons zum Beispiel für Lautsprecher sind ein bisschen überarbeitet worden. Aber ansonsten ist es halt immer noch unser altgewohntes Windows. Und das ist vielleicht auch gut so. Und wer vielleicht noch die anderen Neuerungen sehen möchte, ich gehe natürlich auf die alten nicht mehr ein. Ich packe in die Endcard das erste Video, den ersten Teil rein. Der kann sich den ersten Teil nochmal anschauen. Und da gehe ich nochmal auf die ganzen anderen Features ein, die gekommen sind. Und das hier ergänzt nur unser erstes Video zu Windows 10. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Video von QSO4U Tech. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.